Moin Leute, ich bin Tim, Softwareentwickler und am Anfang dachte ich, dass es total normal ist, sich von seinem Code überfordert zu fühlen und den Überblick zu verlieren. Das muss aber so nicht sein und in diesem Video will ich dir drei Softwareprinzipien vorstellen, die mein Leben deutlich einfacher gemacht haben und auch deutlich entspannter. Das erste Prinzip heute, das kommt mal nicht hier aus der Softwarebibel, sondern wenn wir Wikipedia glauben wollen, dann kommt es von der US Navy. Und wenn die Amis eins können, dann ist es auf jeden Fall alles Mögliche, was mit dem Militär zu tun hat. Das Prinzip heißt KISS, anders genannt Keep it Simple Stupid. Das mag sich jetzt vielleicht sehr oberflächlich anhören, hilft uns aber ungemein dabei, besseren Codes zu schreiben. Na klar, durch Komplexität in deinem Code kannst du vielleicht deine Jobsicherheit gewahren, aber der Nervenzusammenbruch jedes Mal, wenn du deine Entwicklungsumgebung öffnest, das ist es auf jeden Fall nicht wert. Aber was bedeutet das denn jetzt genau? Schauen wir uns das doch mal an zwei konkreten Beispielen an. Hier haben wir eine Is Even Funktion, die überprüft, ob eine Zahl gerade ist. Immerhin schon mal besser, als jede einzelne Zahl zu vergleichen. Aber trotzdem, wieso müssen wir die Zahl positiv machen und eine Schleife ist ja auch irgendwie Overkill? Besser ist es, die Funktion simpel zu halten und auf die Grundprinzipien zurückzugreifen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Modulo-Operator? Das zweite Beispiel ist etwas kontroverser. Theoretisch ist mit dem Programmcode nichts falsch. Da ich aber Fan der Array-Methoden bin und diese einfacher lesbar finde, refactoren wir diese Funktion in einen schönen, simplen Einsseiler, der auch zu meinem Repository passt. Und auch im normalen Leben gilt, je einfacher, desto besser. YouTube macht es uns vor. Die machen es richtig einfach für dich, dass du meinen Kanal abonnieren kannst. Also, mach es doch gleich mal. Das zweite Prinzip ist diesmal ein bisschen weniger militärisch angehaucht und kommt hier wieder aus meiner Lieblingslektüre. Das ist eigentlich mehr im Prinzip für die objektorientierte Programmierung gewesen, lässt sich aber auch super auf meinem prozeduralen Code anwenden. Schauen wir uns doch hier diese eine Funktion an, bei der erst durch die Kommentare richtig ersichtlich wird, was denn hier alles passiert. Es handelt sich hierbei dann auch noch um schlechte Kommentare. Da wir die hätten vermeiden können, hätten wir SAP angewendet, also das Single Responsibility Prinzip. Das Prinzip sagt letztendlich aus, dass jede Funktion bzw. jede Klasse nur einen einzigen Grund haben soll, um geändert zu werden. Unsere jetzige Funktion, die hat auf jeden Fall drei Gründe, um geändert zu werden. Einer der Gründe ist, wenn sich die Datenvalidierung ändert. Der andere Grund ist, wenn sich das Speichern der Daten ändert. Und der dritte Grund ist, wenn sich unsere Success Message ändert. Wir können jetzt also einfach diese drei einzelnen Bausteine in ihrer eigenen Funktion auslagern und hätten damit das Single Responsibility Prinzip angewandt. Außerdem macht es dein Code auch deutlich einfacher zu testen. Jetzt können wir den Code wirklich wie ein Buch lesen und auch eher wie ein Roman und nicht wie eine Fachlektüre. Wir brauchen keine Kommentare mehr, Tests können wir deutlich einfacher schreiben und die Logik, die wird super schön abstrahiert. Und auch im echten Leben gilt, such dir immer nur eine Aufgabe zur Zeit raus, die du machen willst und mach nicht alles auf einmal. Das macht dich deutlich produktiver und du führst ein entspannteres Leben. Glaub mir. Zu guter Letzt fehlt uns noch das IACNI-Prinzip, was aus dem Extreme Programming bekannt ist und wohl das wildeste Akronym von unseren drei Prinzipien ist. Es steht für You Aren't Gonna Need It und richtet sich an alle Overthinker da draußen, also definitiv auch an mich. Hierbei geht es darum, Funktionalitäten erst dann einzubauen, wenn du sie auch wirklich benötigst. Viele Entwickler machen sich vorher schon eine Menge Gedanken darüber, ihren Code generischer zu halten und zu schauen, dass man in der Zukunft irgendwie noch weitere Anforderungen einfach mit einbauen kann. Das führt dann aber häufig einfach zu mehr Komplexität und Codesmails, weil du Code schreibst, der dann gar nicht produktiv verwendet wird. Das verwirrt dann auch einfach andere Entwickler, die mit dir an diesem Projekt zusammenarbeiten. Hier vielleicht ein kleines, simples Beispiel. Eine Funktion, die uns aus einem Array von Zahlen einfach nur die maximale, die größte Zahl zurückgeben soll. Da kann man ja klar noch irgendwie ein Callback hinzufügen, man kann irgendwie noch den Index Return oder einfach sagen, dass noch ein weiterer Minimalwert genommen werden soll, von dem erst angefangen wird zu schauen. Machen wir jetzt also nur das, was wirklich von uns gefordert wurde, dann können wir die Funktion in einen super schönen kleinen Einzeiler herunterbrechen, der auch wirklich einfach zu lesen ist. Auch im richtigen Leben gilt dann, lebst du im Hier und Jetzt, lebst du meistens glücklicher, als wenn du dir über die Zukunft Sorgen machst. Letztendlich helfen dir die Prinzipien dabei, deutlich weniger Fehler zu machen, aber diese drei Fehler aus dem Video hier, die solltest du definitiv auch auf dem Schirm haben.